Der DAX hat es vorgemacht, es geht doch noch nach oben und zwar mit Schwung aktuell. Der Markt schon mit Gap aufgemacht, anschließend der Index noch weiter sich nach oben entwickelt. Sehr gute Voraussetzungen aktuell, zumindest mal was den Ersteindruck angeht, gibt es überhaupt nichts zu maulen. Bevor wir uns aber die Indizes gleich mal angucken, sollten wir uns auf einen Termin heute vorbereiten und das ist das, was wir heute Abend um 20 Uhr zu erwarten haben, nämlich der FOMC, der Federal Reserve Open Market Committee, also der Offenmarktausschuss, der FED sozusagen, das ist der, der heute Abend um 20 Uhr im Fokus ist und um 20.30 Uhr in der Pressekonferenz. Warum ist das so wichtig? Zinsen, das steht doch schon fest, da wird irgendwie was gedreht und heute wohl noch nicht. Das ist richtig, aber am Wording wird häufig versucht zu erkennen, was die Notenbank tatsächlich vorhat, wie häufig, wann genau etwas passiert, ob es dieses Quantitative Tightening gibt und wie stark, also wie stark die Bilanzverkürzung aussieht, was daraus dann eben zu erwarten ist. Das ist heute Abend um 20 Uhr fällig. Dementsprechend so in den nächsten Stunden vielleicht da eher noch etwas mehr Ruhe angesagt, etwas weniger Aktivität, weil die Marktteilnehmer halt sagen, Boah, ja gut, müssen wir wohl eher abwarten. Also das wäre zumindest mal ein Klassiker, dass da nicht so arg viel passiert. Soweit die fundamentale Situation. Jetzt gucken wir nochmal drauf, nee, nicht hier drauf, sondern gucken wir mal drauf, was der Kurs jetzt bisher schon gemacht hat. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und in der Tat, wenn der DAX dieses Niveau hält, also wenn wir das sozusagen gucken, dann müssen wir natürlich eher auf den Future dann eben entsprechend gucken. Also wenn er jetzt nicht maßgeblich runtergeht, idealerweise, also nicht die letzte Korrekturphase, diese hier, durchstößt. Wir können uns ganz grob merken, hier die Hochs, die wir hatten am 24. irgendwann abends, wenn der Markt oberhalb der Linie bleibt und idealerweise wackelig nur runterkommt, also ganz klar Schwäche zeigt auf der Abwärtsbewegung, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind, eben noch mehr nach oben zu bekommen, insbesondere wenn wir dann so ein Zwischenhoch schwingern. Viele gehen erst hier oben dann rein, das ist aus meiner Sicht verschenkter Platz. Eigentlich gilt so die ganz grobe Regel, Zwischenhochs, wenn solange die Fallen sind, ist es halt ein Abwärtstrend zwischen Tiefs, solange die Fallen sind, ist es Abwärtstrend. Und wenn dieser Mechanismus gestoppt wird, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Und warum ist diese Marke jetzt da nicht so gut für einen Einstieg? Naja, wenn wir dann sowas wie hier da hinten nochmal bekommen, dann ist das Potenzial hinten raus halt relativ begrenzt, wenn ich da oben erst einsteige. Da wäre ein Einstieg hier sinnvoller. Das ist noch nicht zwingende Trading-Empfehlung, denn wir wissen ja noch nicht, ob das genau so kommt, aber wenn der Markt hier wackelig runterkommt, wäre das eigentlich ein ganz gutes Indiz. Der Gegenspieler einer solchen Idee, der sieht ungefähr so aus. Starke Abwärtsseite, idealerweise mit Unterschreitung hier dieser Zwischenhochs und höchstens wackelig nach oben, also weitaus bemühter oder mühevoller, dass der Markt hier auf dem Weg nach oben ist, dann würde ich auf jeden Fall die Abwärtsseite vorläufig nochmal gelten lassen. Und wenn die gilt, dann ist dieses Tief hier relevant. Das ist 25. in der Nachmittagszeit. Und wenn wir das erreichen und unterschreiten, dann mit Sicherheit, na mit Sicherheit ist eine blöde Vokabel an der Börse, aber sehr wahrscheinlich dann auch das Tief, was wir hier haben. Und dann wären wir in der Zone, die ich ja eigentlich ganz gerne hätte hier beim DAX, dass wir da unten nochmal hinkommen. Nicht aus Boshaftigkeit oder Böswilligkeit, aber wenn wir da unten sind, hätten wir wieder ein sehr aufgeräumtes, ein sehr klassisches Bild. Und ich denke, dass dann viele Marktteilnehmer ernsthaft wieder überlegen, eine Position hier entsprechend einzugehen. So, gucken wir uns mal den amerikanischen Markt an. Der ist nämlich auch nach oben gegangen, allerdings ganz anders als der deutsche Markt, wesentlich harmloser, also wesentlich zögerlicher. Und das lässt vermuten, dass die Amerikaner oder die, die dort handeln zumindest, noch nicht so super optimistisch drauf sind. Dass es eher vielleicht noch eine Zwischenkorrektur ist. Ich male mal hier irgendwas hin, sowas in der Richtung zack, dann hatten wir hier eine Gegenbewegung, zack, dann haben wir hier eine Gegenbewegung und dann das nochmal. Würde sich noch gar nicht beißen. Wir wären dann vielleicht nochmal unter der 33.000. Aber was soll's, wir sind immer noch im grünen Bereich, im buchstäblichen, nämlich der eigentlichen Zielzone für so eine typische Korrektur. Nur wenn wir das nach unten verlassen, dann wird es dramatisch wichtig, dass wir dann nicht auch noch diese verlassen, um nicht tiefs zu sehen, die wieder weit unter 20 dann gehen. Aber so weit ist es ja noch längst nicht. Also auch dieser letzte Rücksetzer hier ist noch kein Gar aus. Wir sind dann immer noch hier voll drin für den Bullenmarkt, sondern wäre als eine mögliche fünfte Welle hier gegebenenfalls dann zu sehen. Aber dieses Bild scheint das nicht unrealistisch werden zu lassen. Ob wir jetzt vor 20 Uhr hier noch die Riesenpreisaktion sehen werden, ich muss gestehen, ich bezweifle das ehrlich gesagt. Ich vermute mal, dass der Markt so ein bisschen ausläuft. Das ist sehr häufig so. Das wissen wir natürlich nicht, ob das jetzt heute auch so ist. Wäre aber durchaus klassisch, dass die Marktteilnehmer sagen, ja, jetzt warten wir mal ab und dann reagieren wir drauf. Rechnet damit, dass um 20 Uhr vielleicht Bewegungen dieser Art, also steil hoch, steil runter, hin und her. Deshalb ist meine Idee, mein Tipp, direkt im Umfeld, an dieser Nachrichtenübermittlung, 20 Uhr, 20.30 Uhr zur Pressekonferenz, dann eben nicht wirklich im Markt zu sein. Denn da wird man wahnsinnig gerne rausgespült aus dem Markt und dann ärgert man sich, oh Gott, oh Gott, das war wieder teuer und danach läuft es wieder einigermaßen vernünftig. Aber vielleicht kriegen wir dann in dem Umfeld hier ja auch raus, ob der Markt tatsächlich willens ist, diese Niveaus zu halten, also auch das letzte Zwischentief hier nicht mehr anzugreifen. Das heißt, dann sehen wir, ob das eher so aussieht. Sehr schlechtes Zeichen, denn auch diese Fortsetzung bei einem Bruch dieser Marke würde für eine Fortsetzung sprechen. Damit kämen wir ja auch unter diese Marke und da spricht vieles hierfür, sprich für eine Fortsetzung nach unten. Ich bin auch noch nicht so ganz davon überzeugt, dass der Markt ganz fertig ist mit der Abwehrseite, auch die 3.800 hier beim S&P. Es muss ja nicht so tief gehen. Eigentlich ist das so die Zielzone für eine Korrektur. Das muss er nicht unbedingt sehen, aber mindestens mal so die obere Zone hier, den Bereich so 3.800, das würde mich ehrlich gesagt in dem Zusammenhang nicht wundern. So, letzter Spielgefährte in dem Zusammenhang ist der Nasdaq. Auch hier ähnlich, wie wir es bei den anderen gesehen haben, im Moment aufwärts, im Moment aber harmlos aufwärts. Ich denke mal, wir sind realistisch in einer Korrektur, nur wenn er jetzt nach oben quasi explodiert. Da kann man sich natürlich vorstellen, ja super, ich soll also jetzt warten, bis das passiert ist, dann habe ich das ja verpasst. Ja, das mag so sein, das mag auch schade sein, wenn man dann vielleicht da was hätte machen können. Aber dann haben wir doch wieder einigermaßen Klarheit, wenn wir dann vielleicht so ein Bild hier bekommen und danach eine Korrektur. Dann haben wir doch wieder einen echten starken Anstieg, hätten dann wieder eine echte starke Korrektur und dann ja auch die Fortsetzung nach oben. Das heißt, das Schöne ist, je mehr ihr, oder je länger die Bewegung ist, die ihr hier verpasst, die sollte sich ja hier typischerweise anschließen. Das heißt, je mehr ihr hier verpasst habt, je länger, desto mehr kriegt ihr da hinten dann wieder geschenkt. Also es ist ja gar nicht so ein Drama, wenn man sagt, ja, aber da habe ich so viel hier an Wegstrecke nicht mitgemacht. Entweder findet ihr auf kleinerer Ebene, da gibt es ja auch immer mal wieder, dass man sagt, guck mal, wenn sowas ist und sehr wackelig runter, kann man hier auf kleinerer Ebene vielleicht irgendwelche Longeinstiege finden. Ja, aber im Großen eben auch. Also ihr seht, es sollte kein Drama sein. Rechnet heute Abend um 18, nein, um 8 Uhr, sprich um 20 Uhr, beziehungsweise zur Pressekonferenz um 20.30 Uhr oder ab 20.30 Uhr mit einem erhöhten Volatilitätsaufkommen der Markt dürfte in der Zeit gegebenenfalls auch mal gerne in die eine oder andere Richtung fehllaufen, mal eine schnelle Schubbewegung machen. Wir halten uns auf den kleineren Zeitebenen dann raus, auf Tages-, Wochenbasis ist das für uns uninteressant. Und im Vier-Stunden-Chart, wir haben unsere Stopps drin, gehen eh nicht davon aus, dass jeder Trade positiv ist. Im Gegenteil, wir wissen, dass die Hälfte davon eh in den Stopp läuft. Das klingt ziemlich ernüchternd, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass der Stopp-Verlust viel kleiner ist als der Gewinn auf der Target-Seite. Also insofern ist das nicht mal ein Drama. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, toi, 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 viel Erfolg bei euren Entscheidungen. Vielleicht viel Spaß heute Abend um 20 Uhr, da mal drauf zu gucken, was der Markt da fabriziert. Und wer längerfristig unterwegs ist, der kann sich das natürlich auch morgen angucken und sagen, so, jetzt schauen wir mal, was die da gestern Abend noch draus gemacht haben aus der Geschichte. Na gut, also, in diesem Sinne, ich drücke euch die Daumen, liebe Grüße.